Und hiermit herzlich willkommen zurück zu Captain Tad. Captain Tad war ein Captain Toad Treasure Tracker mit Level 7 Picundore hinter den Gittern. Bin ich mal gespannt, was auf uns zukommen wird. So, ein Vögel am Switch-Shot. Das ist immer gut überstanden, würde ich mal sagen. Und auch mein Finger. Dann muss ich immer hier rein. Hier unten ist noch was. Aber noch Münzen, okay. Und ein Pilz. Können wir zerstören, bitte? Zerstören. Und auch zerstören. Autsch. Wenn ich da ohne Schaden nochmal alles machen muss, dann gebe ich. Nevermind. Jetzt bin ich sauer. Ich muss sogar außen. Wobei da ist nämlich ein Pilz. Was? Oh Mann. Oh Mann. Ich sehe doch nicht, wo ich bin, Leute. Oh Gott, ich bin... Okay, ich bin drin. Jetzt hier immer was. Okay. Nevermind. Und jetzt schnell zum Deal. Oh bitte, lass es da gar nicht mehr mit sein, bitte. Du wirst es nicht nochmal machen wollen. Oh. Oh. Oh ja, dankeschön. Danke, liebes Spiel. Wobei, ich muss es nochmal machen wegen dem... Captain Toad. Wegen dem Pixel Toad. Oh Mensch. Hier geht's! Oh ja. Da fehlt ja zumindest kein Leben, wenn ich sterbe... Ok, noch höre ich ihn nicht. Der red nicht drüber. Oh, das war klappt. Ich erinnere mich aber immer noch nicht. Oh, Mann. Oh, Mann. Das ist jetzt nicht euer Ernst. Mann, warum stelle ich mich so blöd an in diesem Level? Ich weiß nicht, dass er jetzt mit deinen Steinen nicht ist. Ja, ich weiß nicht. Nein, nein. Achtung! Gefunden auf otto.de Nelbeck, ab in den nächsten Level Tata am Wüstensand Hier ich geh! Wo Heiligoppenmob? Auf dieser Schalter? Okay Das führt mich nur nach oben, aber es bringt mir null Anwalt, ich glaube, ich sehe schon Für genau so viel Schalter Hierfür muss ich hier nach oben Und da muss ich scheinbar werfen Ah, ich sehe schon damit ich hier runter kann wunderbar das ist wieder ein level nach meinem geschmack und lass mich raten meine katzen springen herum nur acht mal das war wieder ein den scheiter muss ich ja da komme ich so hoch die 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 acht ich mal je nachdem wie man sich angestellt hätte man das auch in einem mal schaffen können und jetzt noch mal für den pixel tot und jetzt einfach überall sein ich hier schon mal nicht ach da läuft er so loren fahrt durch den moda tempel hier 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 Nee, kann man ja nicht zerstören, was schon daher. Nur was ich hierhin besiegen muss. Ich hab noch keinen Diamant. Kein Spiel, das ist blöd. Das war's. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Puh, erst mal geschickt, gekrontert. Das ist so wichtig, dass er aber kein Diamant ist. Da ist ein Diamant. Oh nee. Oh, das war sogar der erste Diamant. Okay. Aber der habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht gerechnet. Jetzt wird jemand durch auch noch. Okay. Der multiplayer hat mich im Grunde. runtergeflogen, aber wo ist denn der letzte? Ah ja, oben der letzte Diamant davon ist. Zumindest weiß ich jetzt, wo der letzte Diamant ist. So, und das noch Geld, das nehme ich mit. Und ich muss den Wunderpilz einsammeln. Oh, danach beginnt ein neues Kapitel, das machen wir dann in der nächsten Folge. Dann bleibt es dabei, drei Level Pro Video. Eigentlich kann ich ja jetzt ein bisschen rumschillen, ne? Ja, alles am Ende. Aber für kamen wir es. Oh Gott, ne. Bitte nicht. Oh, da kann ich mehrmals. Das geht nicht. So, und dann mal hier noch. Ich muss das Sack und die geht zurück. Und weg mit euch. Ja, da kommt wie. Mach das einfach nur für uns. Okay. Das war's für heute. Ah, ich hab den Buben abwitz eingesammelt. Okay, dann war ich hier oben der letzte. Nein, nein, nein. Oh ja, gut. Wir können hier nochmal die ganzen Nutzen einsammeln. Oh, ja! Er ist im Pixel-Tot. Ich höre ihn auch nicht. Während der Lauffahrt kann ich hier eh nix machen. Darüben werfen. Also, dann muss er wieder in der Mitte an sich kommen noch oder erst im Schluss. Das war's für heute. Ich werde mal alles rausspringen, auf jeden Fall der Fälle, dass er nicht dort befindet. Ich glaube, ich habe ihn gesehen, der läuft da um die Eko. Nein, ich habe ihn doch nicht gesehen. Ich sehe nichts. Nicht? Okay. Oh ne, sonst habe ich den Poxidot hier nicht gesehen. Okay. 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 ich habe mich mal gespannt hier muss der pixel aber nicht habe ich noch nirgendwo gehört okay das ist jetzt wir sind blöd aber okay möchte ich mal sagen machen jetzt noch das bundes level und pixel tot suche ich in der nächsten folge noch mal noch mehr mumien-chunz aha ausgeträgt und Und schnell weg hier. Einfach mal eine Nächste. nicht lange römer auf gelassen was reicht 391 läuft, würde ich mal sagen. Weil wir haben 21 Minuten. Ja doch, machen wir in der nächsten Folge. In der nächsten Folge suchen wir Captain Toad. Dings weiße Pixel Toad. Und dann geht es weiter mit den Leiden des Captain Toad. Bis dahin, tüdelü.